Tiefe steckt am Beine Wald. Es ist da die Zeit, dass der Wolle lallt. An ist? Bing, bing. Aha. Stecker. Na ja, ich bin es ja gewohnt, dass nicht alles so gleich funktioniert, aber in der, in der, aber in der, in der, geht Gold liegt die Kraft. So, lass es laufen, wir heiraten. Wo stell dich denn das Ding mal hin? Bum, bum. Bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Halt die Gitarre. Ja, er hat Meo noch drauf gespielt gestern. Ah, hallo. So, my friend, du der einst mal hier am Kopf der Gitarre halt verkehrt. An dieser. Ja, da stehst du da wie ein Sturm, gell? Ha, 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 ha. Okay. So, jetzt wird wohl die Gitarre. Ist schon an. Ja, ist schon. Ja, ist schon. Texte liegen parat. Braucht wohl der aber nicht. Er wird Gitarre singen. So gut wie es geht. So, gut wie es geht. So gut wie es geht. Jo. Lichtmusik brauch man nicht. Es ist doch noch viel zu hell. Guck, guck, ins Leere. Hey, schön sieht's aus beim Wulle. Das ist der Abfalleimer. Da, 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 da ist das Glück. Was hier immer da ist, was die meisten nicht begreifen. Man muss sich's nicht, aber man wird sich's und kann und soll sich's nehmen. Die hab ich mal gebastelt im Knast. Jo, die ist zweimalig. Denn kaum hat's jemand gesehen, was ich da mach, wollte er auch ihn haben, der Neid. Aber, was macht Wulle? Kein Problem. Legt seine Endarbeiten weg und beschäftigt sich mit dem, der bittet. Wulle erst mal die Bitte erledigt und deshalb gibt es diese Gedache zweimal. Aber nun mal zurückzukommen, sie wollen das Spiel. Jo, ich versuch halt, mal auf dem Ding da zu spielen. Es will ich nicht, es will ich nicht, es soll gehen. Na bitte, es geht doch. Ba-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Ba-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Für diesen Rhythmus habe ich mich entlassen... Komm, du darfst hier hingehen. Du stellst mal hier auf. Da sieht man ja die nackten Beine. Nee, das soll nicht sein. Komm hier, mein Schatzi. Entscheidet euch, ob ihr weiter zuschauen möchtet und hören. Denn es wird etwas langweilig für manchen sein. Deshalb gibt es doch wohl gleich mal ein E. Ja, das soll nicht sein. Bum bum. Ja, das soll nicht sein. Geht! 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 Steht! Steht! Arrrr...... Lassen wir lost den BD... Was nenn wir denn jetzt n'mal? Eine alte, dumme Kuh hat Eier... Nee. E, Wolle, ich kenn ja keine Noten, eine alte, dumme, ganz hat Eier, das ist die Reihenfolge, genau, E, eine, alte, dumme, D, Jau, eine, alte, dumme, ganz Das, das kann nicht sein, das war KG, Pizze hoch, das wollen wir ja dann Pizze ziehen, jawoll, und dann eben das A, 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 was gibt's dann? Eine alte, dumme, ganz Lass mal, lass mal, Wolle, lass mal, dann brauch ich das Bild mehr Lassen wir auf Ich glaub mal, ein, Jau, super Na ja, dann mach ich mir schon mal bequem, ja Ach, 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 ach! Musik 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 Wolle, jetzt wird die Wechsel, sonst wird's da wirklich zu langweil, aber wo war ich denn, ich geh mal weg Ah, da ist jemand da, ich hab mal an der Tür gekriegt Musik Ich hab geklopft Musik Ich hab geklopft Musik Musik Und wenn dann immer noch jemand sich meldet Musik Musik Das war die Klingel rückwärts Musik 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 Wie fragt ihr Pannspiel? Hey, das ist niemand, was einbildet da draußen von euch, ne? Ich übe für mich und spiele, was mir gefällt und stelle mich nicht dämlich auf die Bühne und spiele den Kasper von den anderen, was er wollte gar nicht, wenn nicht. Das du gibst, Junu! Jetzt muss, jetzt muss, jetzt muss, jetzt muss ich da hier auf dieser Welt gar nicht. Jau, das sind so Übungen, wo demnächst folgt, dass ich, naja, einfach mal so mit meiner Marionette spiele. Die hat sich dahin verkrümelt. Komm, ich zeig's euch mal. So, die hat sich dahin verkrümelt. Jawohl! Das ist Wallace Marionetten Theater! Auge um Auge! Zahn um Zahn! Komm her, zeig noch mal dein, dein Gutchen! So sagst du so auch die Gutchen! Und zum Nischl! Komm, morx! Hehehehe! Von Nischl! Gewähr, du hast auch ein Nischl in allen Auge hoch. Ich hab doch zu eben mit Wattestäbchen die Linse gereinigt. Aber, ach, das, ne doch, da ist noch ein bisschen was drauf. Also, ab mal in das Licht, kurz. Und dann wird wohl der Arzt mal reinigen. Geh, 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 geh. Ho Musik 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 Mal was an uns legen Musik 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 Da arbeiten wir noch ein bisschen dran Laß muss sein Musik Was doch heute kannst du vorsorgen Das sind lieben Hintervorge Genau, so mach ich das dann Einfach aus dem Tee greifen, raus blabbern Ach nein, eine Fresse, wer zuhören will, der soll's tun Und wenn nicht, das ist doch mir egal Die E-Seite, die wird der Wellen noch mal geben Ja, Peter, so lassen wir, so lassen wir den Hohohoho, hola Sag mal, was bin ich immer gerne zum Zauners gegangen Hohoho, ich alter Zeigling Jo, da fällt mir doch auch gleich An die Geschichte ein, weil jetzt soll's da mal aufs Geh gehen Jo, ganz einfach Jetzt abgeschalten und erzählt Roßwein, ehemalig DDR Ich bin vor 14 Jahren Rotte Zahnschmetze Mutter lädt mich ein Oh, Wolle, brauchst du gar Angst? Der ist einfach okay, der Mann Tut gar nicht weh Was? Tut nicht weh? Okay Ich geh mit Mut, mutig, mutig Aber mit ner Angst im Rücken Oh wei, oh wei Na gut Wieder hoch Mutter sitzt vorm Beim Meister der Messer Und spritzen Und sagt Machen Sie doch bitte mal Höhen den Mund auf Frau Erk Das ist verkehrt Ich heiße Neubert Hab ich mich gemeldet Herr Doktor Ich hab mal ne Frage Wo ist denn hier der Schlüssel für die Toilette? Junge, er hängt an der Tür Eine Treppe tiefer rechts Das war damals so in der Zone nach Gell? Da ging man in der Treppe ohne weiter scheißen Und pinpinkeln Ich geh den Schlüssel genommen Ich geh Gornet erst rein Hängen lassen Diese Steckreisen Und flitzte die Treppe zurück Nach Heim Also nach Haus Naja Es dauerte nicht lang Timmte Mama rum Wolfgang Wolfgang Du bist denn der Neubert Ich such dich die ganze Zeit Das hat er gar nicht wie getan Ich sag das ist mir egal Ich lass mir das nicht bieten Hab doch gesehen wie die Haaa Au Au Ne Da hab ich Angst gekriegt Da hab ich noch einen Schlüssel verlangt Hab mich stecken gelassen Bin runter Und hab mich nach der nächsten Ecke versteckt Hab gesagt Jetzt wachst du bis sie kommt Und dann kommst du ja Oho So weit Diese Gelüfte Vom Wolle Vom Zeitzinger Prophet Wolle Die Zahnarztgeschichte Das sind ja die Zehen Und der Verstärker Der Plumpt Da ich ja Die Kamera Bediene Nebenbei Und Festhalte Hehehehe Alle Sorge Wir sehen uns Beim nächsten Klippling Klipp Oder Klipplings Oder Rechts Ist doch scheißegal Es ändert sich sowieso nicht Es ändert sich sowieso nicht Klippling 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 Klippling